Hallo, zweite Folge, zweite Aufnahmesession und ich bin einfach nur gespannt. Genau das. In Ordnung, wir haben die Station allein. Sie ist Teil der geheimen Metro 2 Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? So, ich hoffe mal, ich kann ein bisschen moderieren jetzt, oder? Na, okay. Ich versuche dem System etwas saft zu geben, damit die Lichter rangehen. Genau. Ich weiß nichts mehr. Ja, das haben wir. Das ist ein gutes Ohrm-Kanälchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Jetzt sag mal, wenn du mich noch mal ein Kanälchen nennst, ich meine, hallo? Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Okay. Mach ich. Jawohl. Los geht's. Das hast du nie gemacht. Ach, seid doch ruhig. Na? Oh, ich sehe das Radenkreuz nicht so gut. Alles klar. Alles klar. Los geht's. Ja, können wir hier nichts looten? Guck mal, was können wir noch da looten? Dürfte alles noch ein bisschen Tutorial sein, oder? Na, Tote gibt's hier massenweise, aber... In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Da ist doch was. Ach Gott, echt jetzt... Bewegung. Ich komme nach. Ja, ja. Das ist E, nicht ein F. Hallöchen. Was soll denn das? Mhm. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Ja, genau. Was habt ihr aufgeschrieben? Pass auf. Ich weiß, aber... Sackgasse hin oder her? Ich vermute dort etwas Lot. Aber... Oh, das ist aber jetzt sehr genau. Da muss man so genau hingucken. Okay, können wir das vielleicht verbrennen? Nein. Okay. Die Kala Schmidt. Na komm, die nehmen wir nicht, sondern wir nehmen diese hier. Sehr schön. Äh, ah ja, genau. So. Also mit dem Loot, das wird hier sehr, sehr anstrengend, weil du musst wirklich sehr genau drauf gehen. Das heißt, also wir haben jetzt wahrscheinlich, weil wir es nicht wussten, schon ein bisschen Loot übersehen. Und das, wo es doch so wichtig ist. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. War es ja, aber... Es gab ein paar Patröhnchen. Na. So. Ich habe das System auch schon beim letzten Spiel nicht so richtig verstanden. Okay. Das wird nochmal gespeichert. So. Scheiße. Das Ding ist schnell. Mhm. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas erst zu nehmen wird, wenn wir uns kommen. Rasse, wie leicht hat es. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. Oh, ja. Ich gucke hier aber noch kurz. Ich glaube, das darf ich, ne? Naja, ich weiß. Aber ich will hier noch ein bisschen was looten. Auch wenn es mich umbringt. Aber das ist doch interessant, oder? Ja. Ja, komm. Hörst du Angst, dann ist die Mutter umgehen? Es reicht. Lass die Maske auf. Wo jetzt? Ich glaube, da ist noch was. Ich dachte es mir doch. Siehste, ne? Hier. Ja. Und den lesen wir auch noch vor. Ich habe dich verstanden, mein Schatz. Aber ich bin eigenwillig und dumm. Ich will, ich will, ich will das jetzt. Äh. Äh. Tab. Was? Ah, Tab halten. Nein. Ich will, äh, nein. Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Nein. Wie war das nochmal? Ach, komm. Ja, ich weiß, es geht ja alles ein bisschen auf den Sack mit mir. Aber ich gucke mir alles an, weil da haben wir jetzt so einen Eintrag, ne? Ja. Und das ist wichtig. Müssen wir nämlich alles sammeln und lesen. Äh. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie ja. Gut, komm. Gasmaske an und oberflüssig. Hast du Angst, dann ist es nur zu ruinieren. Es reicht. Setz die Maske auf. Ja, 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 ja. Jetzt. Ach, geht doch. Okay. Aha. Hör auf, meinen Arsch an zu glotzen. Der ist für dich im weiter Pferdekamin. Mach ich. Ne, da höre ich drauf. Warte, dann gucke ich auch nicht auf den Arsch. Ne, ehrlich. So, nebenbei läuft der Stream zwar. Ja, mach ich. Wie denn? Okay, ich mach's automatisch. Ich hab nichts getan. So. Da sind wir wieder, die Oberfläche, die ich so liebe. Aha, aha, aha. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen. Also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wietern oder was auch immer die tun. Und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur, ihm freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Ja, ja. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich bin in Stellung. Das kann ich sehen. Da, wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Ich will eine Bewegung. Macht dich bereit. Recht passiert. Ich arbeite dran. Dass ich keine Schmerzen. Ich will es haben. Das Korreule war ärgerlich. Nein, kommen wir noch mehr. Nach 3, weiter dort. Wow, fuck. Das ist aber gut. Gehst du noch? Also nicht ins Wasser. Das gibt immer so furchtbar viel Radioaktivität. Kommen wir da irgendwie hoch? Nein. Wow. Ah ja. Na komm jetzt. Das muss doch irgendwie gehen. Hallo. Nach links. Kommen wir da nicht hoch? Oh, schau. Da bin ich wohl tot. Was war das denn? Was war das? Was war das? Okay. Ja, ja, ja. Wenn sie jetzt den Kampf nochmal machen, ne? Das ist seltsam. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Recht passiert. Ich arbeite dran. Das sind keine Schmerzen. Das sind viele Taten. Das Gehäune war ärgerlich. Gleich Schöpfe nach dem Hilf. Nach 3, weiter dort. Ja, die kann schon. Die hilft ganz schön. Und so. Ich spare mal ein bisschen. Das ist alles Wunsch. Und jetzt? Das ist alles Wunsch. Sieht so aus, als es ein Video-Order-Sicht aufgeräumt. Wir gehen. Du, ich mache Libre. Alles klar bei dir? Ja. Hey, ach komm. Du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Versuchskaninchen. Oh, wie süß. Wird richtig lieb. Ich glaube, ich kann ihn nicht sehen. Es wird richtig guter Hand hier auf 2 Uhr. Auf 2 Uhr. Sieht klein aus, aber es ist definitiv ein Schwasser. Was hält dich ab? Na los! Ja, ich will ja. Ich komme aber nicht da hin. Da ist er. Nicht schießen. Ist er schnell. Wie hat er das gemacht? Reite ihn von links ein. Er ist noch da. Ziehle. Ich sehe ihn. Das ist wohl richtig. Oh, oh. Warte. Er müsste hier sein. Um dich beobachten. Ich weg. Du stirbst, du kleiner Scheiße. Bring auf, wieder. Job. Es führt kein Weg dran vorbei. Oh, oh. Mann, 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 Mann. Ich habe ihn gesehen. Scheiße, recht. Ich will ja. Er ist direkt über dir. Pass auf, komm. Ich erschieße den nicht. Ich schieße den nicht. Boah, geil. Ich wollte den nicht erschießen. Hätte ich nicht gemacht. So. Jawohl, er erinnert sich. Er weiß, dass ich es war. Er ist sauer. Oder? Okay, das ist jetzt sehr traurig. Oh, der arme Kleine. Ich habe noch nie was gegen diese Schwarzen gehabt. Die kommunizieren mit mir. Oh, mein Gott. Feuch. Was ist denn jetzt? Fuck. Ähm, Dingens. Ähm, fuck. Alter Schwede. Herr Sturmbandführer, diese Gefangenen wurden am botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Warum nicht? Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdreht, nicht fehlerhafte Gene zu verpleiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine abscheuliche Wissenschaftsfresser. Das ist ein Skandal. Ist mir egal, ob es russische sind. Ja, Kranometrie nennt sich das. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Ja. Oh, Glückwunsch. Du bist ein Mutant. Nein. Ah, jetzt ist es. Zum Müllschlugger. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle. Verschießt. Genau. Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe hoch. Zwei. Länglebe genossen Moskvin. Hör rein. Was hat er gesagt? Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber, aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Oh, Lixer. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede oder du kriegst eine Kugel ins Hörn. Auf den Offizier! Auf den Offizier! Auf den Offizier! Jawoll. 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 Das machen. Jawoll. Ah, der ist so gut. Alter. Ja. Entschuldigung. Mord und Gewalt und so. Alles schlimm. Auch gegen Nazis. Ja, aber... Ah, in Spielen. Ähm, du gehörst also zum Sparta-Order. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja, der ist klasse. Warten wir zusammen, ha? Ja, ich denke schon. Dabei, dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schluss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Ja. Gut. Also, was hatten die Überraschungen? Den Müllschlucker gesagt? Ah, da ist er. Ah, ja. Juhu. Okay. Verschwinden wir von hier. Und dann drüben wir uns. Scheiße! Du! Verdammt! Ah! Ich guck's mir trotzdem mal an. Haben wir irgendwas? Nein. Waffen? Natürlich nicht. Ja, die mach ich doch. Aber ich will mich ein bisschen angucken. Versteh doch. Mal so, wo zum Teufel? Pssst! Ja, zum Teufel. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Ich bin da. Da. Lass uns aufbrechen. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von seinem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen. Juhu. Mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay. Ich gehe vor. Du folgst mir. Und jetzt bleib leise. Sonst erledigen dich hier alle. Ja. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay. Uah. Gerade so. Okay. Da, 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 da. Ja, anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist. Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Der ist klasse. Okay. Wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey. Hey. Heb mich mal hoch, ja? Ja, wie denn? Ja, und wie hebe ich den hoch? Hey, was ist los? Wir haben eine Seite. Ach, so. Gut. Jawohl. Oh, Rick. Der ist so klasse. Ach, wie geil. Der ist klasse. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Mons. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur schaden. Du kannst nur schaden anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Bewegung. Oh, ich traue mich nicht nach. Wir noch. Was können wir denn da machen? Und bitte, und bitte. Und bitte. Und bitte. Ich bin der Wach. Ich bin der Wach. Ich bin der Wach. Ich bin der Wach. Und bitte. Ich bin der Wach. Wenn du ihn ziehst, kommt die Leiter runter. Ich seh den scheiß Hebel nicht. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle gedrückt sind. Schnapp dir so viele wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Öffnest du bitte die Zellen? Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Bitte. Okay. Fuuuck. Okay, schraub die Glühbirne raus. Du versausst unsere Gene, Freak! Nicht das! Nein! Bitte mir! Aufhören! Da ist zu hell. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Hey! Spatama! Hals und Beinbruch! Ach! Alarm! Eine Flucht! Alarm! Eine Flucht! Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Hey! Spatama! Hals und Beinbruch! Einbruch! Hey! Öffnet die Zellen, Mann! Nun, junger Mann! Wie ich sehe, bist du nicht hier, um einen Spaziergang zu machen! Hey! Versuch aber etwas diskreter zu sein! Ich möchte nicht für deine Fehler bestrafen werden! Das ist echt schwer! Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hansa hat mit die ganze Zeit genannt. Die soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagt es seine Verschwendung, sie zu entließen. Und dass er gutes Geld zahlen würde. Daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen! Klar! Hier guck! Ich bin auch bereit zu teilen! Ist zu viel? So, warum loffen wir? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben sie hier nichts mehr zu suchen. Ab! Alter Schwede! Ja! Ja, Herr Obertappführer! Aha! Aha! Ich dachte schon, uns ginge es schlecht! Ich gehe! Die bringen uns um, wenn sie dich hören! Ich gehe! Die bringen uns um, wenn sie dich hören! Alter Schwede! Ich weiß, ich bin sehr still, aber das ist wirklich... Wuhuhuhu! Hey! Du hast es geschafft! Gut gemacht! Ein echter Herd! Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf in der Wand ist für das Hinterkopf. Drück ihn mal! Was ist das für ein Witz? Du kommst schon aus deinem Versteck? Wie ist das? Du kommst mal! Beim nächsten Mal mache ich nicht auf! Was ist das für ein Witz? Du kommst schon aus deinem Versteck? Frieden! Wie ist das? Du kommst mal! Beim nächsten Mal mache ich nicht auf! Das ist überhaupt nicht Schluss! Na gut, lass uns verstecken! In die Luftschleuse! Sofort! Lass uns raus! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett! Damit kann man alle Zellen öffnen! Ich halte es hier nicht mehr raus! Schliessen! Schliessen! Lass uns leben! Lass uns leben! Lass uns leben! Na los, schließ die Luftschleuse! Bevor noch mehr kommen! Nicht so lange das machen! Wir sind auf dem lieren Drott raus! Und jetzt geht der Spaß erst richtig los! Ich wollte aber alles... Aber ich wollte doch alles nicht! Ah! Diese kleine, blaue Anzeige! Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung! Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein! Aber hier können die kein Gas einsetzen! Wir können also beruhigt sein! Ach! Ich wünsch dich mit einer Klaren! Du nimmst den unteren Weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Das wollte ich gar nicht. Okay, unteren Weg. Oh, wie ekelhaft. Okay. Fuck. So wollte ich das eigentlich nicht. Ja, sieht so aus. Man. Ich wollte einmal. Na, was haben wir denn hier? So, so. Ich verstehe. Ja, ja, klar. Ich schlüte noch ein bisschen. Ja. Wo ist er denn? Mutiert. Arme. Beine. Köpfe. Verdammt. So. Okay. Genug ungesehen. Wir müssen von hier verschwinden, bevor die Versammlung zu Ende ist. In Ordnung? Okay. Ich habe gehört, dass die verschwinden. Okay. Guck mal auf der anderen Seite. Da sollte ein Schalter sein, genau wie der hier. Ich will ja... Ich will ja... Ich will ja... Ja. Ich habe die Zellen aufgemacht. Ich bin sehr, sehr fübsch. Okay. Ah, guck mal hier. Perfekt. Die Stimme ist sehr leise. Aber ich glaube, man hat es halbwegs verstanden. Aber ihr könnt es auch mitlesen. Meine Fluchthaus im Gefängnis der Faschisten können mit der Feind meines Feindes ist mein Freund betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungsgruppe der Oden angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. So. Folgenende. Aufnahme. Ja, genau. Zack. Jahre Schüchner. Vielen Dank.